tut mir leid aber das musste jetzt sein ich musste jetzt einfach mal meine wut auslassen an dem weil ich davor so kacke war hallo leute und herzlich willkommen zu ein paar runden 121 hier auf team olia der server ist von mc expert und ja ich habe jetzt kein kit jetzt wirklich ausgewählt ich habe einfach auf zufälliges kit gedrückt und warte jetzt bis irgendein typ kommt ja okay der okay das ist ein op-kit aber lassen wir einfach mal das op-kit sein und schnitzeln den typen da schnell ja okay das war ziemlich easy aber ich schreibe nicht dies ich hatte nämlich keinen bock drauf das ist nämlich für mich ein anzeichen dafür dass jemand relativ noob ist wenn er die ganze zeit schreibt und so das zeug davon dass er das mal unbedingt sagen muss weil er einmal gewinnt ansonsten nie gewinnt oder es ist ein anzeichen für kiddies aber ich treffe gerade auch nicht ich habe ja genug pfeile hat dieses kit ja zum glück drin okay komm her ja komm ja ja das war der typ war auch nicht allzu gut und wenn ich nicht so viel rede das ist einfach weil man sich hier ziemlich konzentrieren muss mit axt muss man aufpassen damit kann man gute kombos verteilen wie ich eben schon gemacht habe ich versuche ihn ja was mache ich denn da ja das war kacke ich bin tot wusste ich er hatte nur noch zwei herzen aber das war so oder so scheiße ich hätte weiter draufhauen müssen aber das war so dumm weil der so hinter mir war und man sich auf einmal nur noch im kreis gedreht hat okay 18 pfeile abben zweimal damit hat er nicht gerechnet komm schon ok den haben wir gezwölf hat keine ahnung gezwölf hat ok was hat der bogen infinity was ist das für eine map kenne ich noch gar nicht und was macht der typ da verstehe ich auch nicht ich glaube der bleibt extra da oben damit ok jetzt doch nicht mehr der ist aber irgendwie ein bisschen ich weiß nicht was ich dazu sagen soll kommt mir so vor als würde der ja komm was 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 wollte der damit bezwecken mit der angel die ganze zeit zu schlagen der hatte wahrscheinlich ich gedacht er hätte keine chance mehr und deshalb hat er das dann gemacht und jedes wieder das geht ich jetzt nicht so ein fan von wenn man versucht nämlich mit dem lava einmal die ganze zeit da irgendwas zu machen dann verkackt man ganz schnell mal die anderen sachen komm doch her ok der war jetzt auch nicht so schwer muss ich schon sagen ich habe zwar eine runde verloren aber auch ein paar gewonnen ey das ist echt ein scheiß kid oder das ist ein echtes scheiß kid ich habe einfach einmal mit der hand geschlagen einmal mit dem schwert geschlagen da war er schon tot das hat nicht wirklich was mit skill zu tun ja okay das habe ich verkackt na was mache ich denn komm ich muss ihn anzünden ja ja okay habe ich auch ich weiß mir die ganze zeit irgendwie so richtig dumme auf die lippe wenn ich kämpfe und mich konzentrieren will speed so das ist wieder der den habe ich eben eine gute combo gegeben aber ok alter war das knapp junge wieder ein herz okay das war nicht wirklich gut wo ist er scheiße das war jetzt wir hatten beide gleich oft getroffen was macht er da ich verstehe es nicht ich verstehe es wirklich nicht ganz ok das war schlecht von ihm dass er in der situation dann getrunken hat ok das ist nur ein schwert und eine rüstung das ist ein pink kid würde ich mal sagen eigentlich und der hat eine richtung ja ok doch jetzt gibt er mir auch es gibt er mir auch hart aber ich sollte das trotzdem gewinnen eigentlich ja er hat nicht mehr viel hat vielleicht noch eineinhalb schätze ich mal jetzt hat er mir aber eben wieder gegeben ja ok ähm was soll ich denn dazu sagen ähm mein kid ich zeig mal mein kid ja komm ja komm schlag mal ein los komm schlag ein komm her ey ich will mal mein kid zeigen aber keiner will irgendwie gegen mich kämpfen komm 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 keine ahnung ja egal dann geht es halt eben nicht ich habe auf jeden fall so ein kid ähm da geht es also da habe ich äh Bogen ein Lava Eimer aber kein Wassereimer dass man dann zum Beispiel äh schon aufpassen muss dass man nicht getroffen wird aber das kid finde ich hier auch relativ geil muss ich auch sagen ok der war auch nicht so krass aber ich weiß nicht ähm ich glaube ich mache noch drei Spiele oder so oder zwei danach lass es aber auch schon und lass es für heute mal gut sein das Video kommt glaube ich heute Freitag ja Freitag sollte es kommen jo das ist glaube ich im Moment ziemlich ausgeglichen ja ist es ok da habe ich ihm zwei gute Hits verpasst als er sich rumgedreht hat seitdem seine Taktik habe ich mittlerweile durchschaut der rennt nämlich die ganze Zeit weg und dann äh dreht er sich rum und versucht dann ne gute Kombos auszuteilen aber ne ne freundchen das machst du bei mir net ich will ihm eigentlich die äh Potion rein drücken weil die ist so und sich echt so ne Vergiftungspotion da zu machen ach fuck fuck nein oh ja ok die habe ich ihm reingedrückt jetzt habe ich ein Problem ja ok ich habe ihn angezündet wie er einfach reingerannt ist es war so köstlich da rege ich mich echt drauf jetzt mache ich noch eine komm die mache ich jetzt noch es trifft auch noch viel besser als ich komm Hurensohn ne tut mir leid aber das musste jetzt sein ich musste jetzt einfach mal meine Wut auslassen an dem weil ich davor so kacke war komm her Alter was ist das für ein Scheiß Kid schon wieder gewesen Two Hit Kid ja ok das äh reimt sich sogar ok ich verstehe nicht was manche Leute für Scheiß Kids machen das ist echt unglaublich so fertig dann mache ich halt eben jetzt noch ein paar Runden einfach weil ich Suppen Heilung bo 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 was hat der für ein Kack Problem alter was das für ein Scheiß Kid schon wieder ich verstehe nicht wie man einfach jedes verdammte Kid ist einfach hier vertreten jedes dümmste Kid komm schon lol was war das das ist einfach viel zu geil gewesen ne eben wieder es war eben wieder so wie eine richtige was war das für eine Situation ne komm her das ist immer das Problem wenn die so weglaufen die ganze Zeit dann regenerieren die wieder und dann sind die wieder viel besser als andere guck das ist das ist das ist so da hast du es da wieder der gleiche auch ne komm schon ist wieder so eine fuck da krieg ich wieder hart auf die Fresse es ist immer so ne sache dieses minecraft ist einfach ein ping Spiel habe das ist so das ist ich das ist das ist wie wie ist wie ich habe ich habe Ich hab grad wieder Harte Legs gehabt Der ist voll Ich hab Wenig Chancen außer wenn ich ihn jetzt Mit dem Bogen kontaktiere Was soll das ey Ganz im Ernst Jetzt hab ich keine Pfeile mehr So Okay er hat sein zweites genommen Okay Alter ich dachte schon Da hätte ich keine Chance mehr Eben Das ist echt Unglaublich Kack Kack Nein doch kein Kack Das ist sogar okay So Damit Der denkt jetzt Dass er mich saugut getroffen hat Weil ich weggelaufen bin Wobei Er das Nicht mal gemacht hat Sondern einfach nur Oh fuck Okay den kriegen wir Komm den kriegen wir Los 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 Okay Keine Chance Alter Das war echt ähm Habe ich ihm immer zwei Schläge zugefügt Und er hat mir immer nur so einen Infinity Okay das ist so ein Übertriebenes Hardcore Kid Einmal haben wir ihn schon Ich wäre mal Ich würde gerne mal wissen Ähm Wie viel Fuck Wie viel Damage dieser Bogen macht Auf jeden Fall macht das Schwert auch nicht grad wenig Alter Das ist wieder so ein richtiges OP Kid Junge ist einfach nur so drauf rumgekloppt Und da verliert er dann Ich weiß nicht Ich glaub die wählen das sogar aus irgendwie Ich weiß auch nicht Ich glaub man kann so einstellen Dass man automatisch irgendwie sein Kid Oder so Das sag ich jetzt nichts Den komm Ja Das muss jetzt sein Sorry Aber Das musste sein Okay das ist wieder der 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 sich immer anzünden lässt Oder Das war doch der der sich immer anzünden lässt Fuck Und der der gar nicht mal so scheiße trifft Jetzt Ist es glaub ich relativ Nein das ist nicht ausgeglichen Ich glaub er hat zweimal mehr oder so getroffen Komm Komm her Komm her Komm her Komm her Komm her Ja Tut mir leid Ich musste dich eben anzünden Okay hab ihn Ich rede immer nix wenn ich die Leute angreife Aber ich würde auch schon mal sagen Das waren jetzt genug Runden Würde ich mal sagen Ein paar sind ein bisschen kacke gelaufen Aber das hat man auch gesehen Dass ich da Ein bisschen scheiße war einfach Und Oder einfach unüberlegt drauf gegangen bin Was natürlich dann nicht so toll war Aber Im Großen und Ganzen denke ich mal War das okay Ich hab das jetzt einfach so Aufgenommen Und werde das jetzt Ja hochladen Ich denke mal ich Hinterlege noch ein bisschen Musik Und Da würde ich auch schon sagen Bis zum nächsten Video Ich denke mal das kommt so Ja Keine Ahnung Am Montag oder so raus Oder am Dienstag Und Da würde ich auch schon sagen Bis dahin Verabschiede ich mich jetzt Und sage mal Ciao ooooh Vielen Dank.